Hallo meine Lieben, Claire, der Marke Natural Fit bei der Solino ist der einzigartige, beste Freund für jede, die auch zu Hause auf die Extra-Portion Komfort nicht verzichten mag. Denn der Warmfutter-Hausschul in den Größen 35 bis 44 ist ja nicht nur super bequem, dank der feinen Absatzführe von nur 3 cm, sondern auch noch wunderbar angenehm zu unseren Füßen, aufgrund des soften Velour-Leders. Und natürlich dem Warmfutter, das ist ja ganz feines Material. Und für extra Komfort bieten wir auch dieses Modell wieder mit einer herausnehmbaren Sohle an, die mit natürlich Warmfutter überzogen wurde, falls du gerne deine eigene Einlage tragen möchtest. In der Weite H kannst du dir auch sicher sein, dass du genügend Platz hast, falls du etwas breitere Füße hast. Super für alle, die so wie ich immer eine halbe Schuhnummer am liebsten hätten. Es gibt das Modell in Halbgrößen, um für dich die allerbeste Passform und damit noch mehr Komfort wahr werden zu lassen. Und wie du siehst, ist der Schuh auch in einer praktischen Rundform geschnitten, wo es mir persönlich immer am allerbesten gefällt. Warum? Weil hier vorne die Zehen oder der ganze Vorfuß, der ganze Fuß viel mehr Spielraum hat und Platz hat. Also worauf wartest du also noch? Mach dir keine Sorgen mehr, kalte Füße in deinem Zuhause zu bekommen. Mit Ferien ist das nämlich Schnee von gestern. Alles Liebe, eure Bicke. Alles Liebe, eure Bicke.